den weg machen ach du schande das ist jetzt natürlich schon schlecht er hat das ist sehr schlecht sehr schlecht was hier abläuft okay das funktioniert so nicht wie ist es mit ihr hier und das ok okay er hat gar keinen angriff das ist natürlich schlecht dann muss man das so machen wie der typ nacht jetzt bei der wird richtig stark sein wie der 22 ist schon mal eine ansage jetzt muss ich nachdenken also die heilerin kann ich da noch lassen aber wie sieht es eigentlich hier aus der macht nur 9 Schaden aber den kriege ich nicht tot das ist das zweite Problem und den kann ich nicht mit noch irgendjemandem angreifen oder? ja mit dem Sturm wenn zwar, dann würde ich 8 Schaden machen aber das ok wenn ich mit der Axt zu haue ist 85 die können zu entkommen was passiert eigentlich, wenn die gegen ihn kämpfen würde Moment wir haben einen Feuer Shuriken, da haben wir 18 Schaden was ist wenn ich was ist wenn ich das ist jetzt schwierig könnte ich auch was ist wenn sie dahin geht Dann macht sie ziemlich viel Schaden. Also, er muss auf jeden Fall. Moment, was ist, wenn er da drauf geht und ich den Ritterchen nochmal rekrutiere? Hm. Gute Idee. Ich mach nur zur Not, kann Leo das Ganze ja nochmal auslösen. So. Denn jetzt könnte er angreifen und nimmt Gutsche an. Jetzt könnte er angreifen. Also, den kriegen wir jetzt auf jeden Fall weg. So. Machen wir erst das. Ich bin hier für dich. So. Das. Ich finde, du hast Jato. Für 24. Ja, das machen wir. Gut. Gut. Okay. Äh. Kann ich mit dem... also ich könnte die auf jeden fall aktivieren dass sie den hier angreifen warum auch immer die nicht dahin können muss man nicht wissen ach so ja logisch weil da und da nicht hingestellt werden kann so 23 und kriegen tun sie zwei das ist ja mal exzellent wer von beiden hat mehr sie hat also wenn ich ihn hier aufstelle könnte ich ihn damit vernichten oder die haben halt so eine hohe resistenz okay ja ich glaube die beste lösung ist wenn wir hier singen so wir sind ja schon ewig über der zeit auch sagt mir das keiner tja dann wird das hier eben eine längere dann kommt morgen nur eine oder heute nur eine folge so dann ach nein ich muss einfach ich werde einfach die folge schneiden so dann nehme ich länger auf und dann werde ich überarbeiten so dann dürfte der mit dem jetzt fertig werden wow das klappt richtig gut und wir warten so und da die gegner sich hier so schön aufgeteilt haben der hier hat mehr aber der macht doch einigermaßen schaden und deswegen gehe ich rein weil er jetzt vernichtet 39 so dann gucken wir mal das dürfte passen feuer schuriken gibt insgesamt 33 schaden wenn unser charakter trifft damit haben wir auch mit ihm einen weiteren level ab beziehungsweise den ersten level ab seitdem wir ihn umgeskillt haben moment trennen wir die schauen mal ob wir für sie singen können ja ich weiß dass wir müssen wir müssen ein bisschen trainieren ja sie macht 6 schaden zu 100 prozent das muss sein oh ein ganzes level allein gekriegt ja du dachst dich dann also ich wird mose dann gegen die invasorinnen kämpfen lassen die das wird nämlich sehr lustig mal sehen wie viele leute in den tod rennen hier mal sehen wir haben hier noch eine kleine truppe von 5 dann werden wir uns mal was sind das für leute sind das magier ne das sind bogenschützen also kann ich die sowieso nicht da rein rennen lassen dann geht hier hin und trennt euch und du könnt ihr könnt euch auch trennen ja gut ach so der kämpft eher mit seiner schwester und das ist natürlich schlecht gewählt so mosu wir machen das zwar so aber wir gehen hier hin und dann wechseln wir weil sie soll das allein machen aber beziehung stärken so sturm wind feuer flimbo wind du musst treffen das ist das wichtigste so und jetzt noch einmal zu schlafen sollte kein problem sein ja ähh 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 Donner macht sie nicht so viel schaden wie viel schaden macht er neun oh je der hat 37 ne die kommen alle nicht ran das ist jetzt ist die frage so wie weit kommt ihr hier 21 hat auch nur 21 tja dann heißt es wohl zurückziehen weil wir können uns da nicht wirklich was abholen haben die eine hohe mystische verteidigung einigermaßen ähh so dann gehen wir hier vor ja das ist eine gute idee so der macht neun schaden das ist natürlich jetzt doof besonders weil er nichts im fernkampf hat halt äh wenn sie hier steht also ja aber dann kann sie dann kann sie ihn erschlagen machen wir doch erstmal so jetzt geht es darum zu töten oder okay jetzt geht es darum zu töten und wir haben eine unverwundbarkeit also ein abwehr mechanismus okay die heilung müssen wir einsetzen damit auch sie mal wieder ein level aufsteigt und den so dann können wir langsam vorgehen achten vierundachtzig prozent acht schaden machen so dann singen wir für die mosu dann geht es nämlich schneller dann brauchen wir zwei runden statt vier jetzt hat sie sogar schon vierundneunzig trefferquote wird immer besser da kriegt sie noch ein level wie sie versucht oh ja sie versucht in den angriffsbereich von näher hier rein zu springen wie es aussieht ja das im moment erstmal ihn hier positionieren damit er auch was abkriegt so perfekt ja du bist wow das vernichten gibt noch wesentlich mehr als ich dachte und langsam mit level acht na dann macht er noch die andere seite und dann haben wir das so dann das problem ist nämlich was hat sie nochmal für fähigkeiten sie heilt sich selbst ne männliche verbündete ok benachbarte und resistenz also sie ist schon ziemlich gut besonders weil sie den schaden so extrem reduziert so warten wir mal und warten ja gut er macht keinen schaden dann ist okay so wechseln weil die können ihr dann die sind dann schneller fährt und ich hätte erst den anderen noch anmogen sollen so gut mal sehen ähm xander könnte ihn fast mit einem schlag erledigen aber ich glaube xander ist besser dazu geeignet den hier zu vernichten aber dann ok ja wir haben noch den bogenschützen den können wir äh nicht nicht wirklich so auslöschen 2x24 ja perfekt machen wir ok das ist schon mal sicher soll sie dann das hier machen damit er also den müssen wir loswerden ähm mhm Leo hat auf jeden Fall einmal die Unverwandbarkeit aber das ist jetzt jetzt machen wir erstmal besser äh so 2x24 2x20 ja ok wie gut ist der da ist Level 18 na gut das ist wie 6 und 11 und wir machen 15 und 15 und 18 oder langen 10 und 18 lang auch dann machen wir das in der Not die machen 17 Schaden das bedeutet wir brauchen uns keine Sorgen mehr darum zu machen so 32 und 5 ja 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 wow und sie hat ihn getötet ich hoffe das aber ich denke mal das geht für beide ja Xander kriegt noch Level 5 von seinem das ist Verteidiger gelernt so offensichtlich können wir dann mit ihm das hier erledigen so den Kampf machen wir noch fertig so so jetzt gibt es nur noch eine Einheit die auf die wir warten oh Verstärkung hä na sieh mal einer was haben wir denn hier Liot hey Bruder weiß nicht hm das ist doch klar wie Kloßbrühe siehst du das da drüben denn nicht sehen was sehen wo oh mein kosttächtiger Bruder ich rede von dem Drachen dort äh wer nennt denn einen Drachen dort äh nein du schweigke Pico Bavia ich mein den Drachen dort drüben warum sagst du das nicht gleich dann sind die Götter los fange ihn äh ja wir machen ihn zu unserem Haustier ein Gott an der Kette aber sei vorsichtig wir verprügeln ihn bis er halb tot ist aber wie sollen wir ihn denn nennen äh ok ich mach dann hier ne Pause weil der Kampf wohl länger dauern wird als ich dachte die die beiden Brüder hab ich noch nie gesehen aber ja das sind zwei Berserker kann ich mit denen ne ich könnte mit denen nicht reden äh ne kann er auch nicht ok dann ist hier erstmal Pause und wir werden beim nächsten Mal erfahren was es mit diesen Berserkern auf sich hat ich hoffe doch nicht so viel also dann viel Spaß bei diesen Folgen und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal so dann Vielen Dank.